Musik Kommen Sie herein bitte, kommen Sie. Kirchen haben Geschichte geschrieben und prägen das Bild unserer Städte. Ich habe mich eigentlich sozusagen lieber auf den ersten Blick gleich in diese Kirche verliebt. Und natürlich die mystische Tiefe. Hinter den Mauern verbirgt sich oft Geheimnisvolles. Musik Geschichte, Architektur und Menschen, die mit ihrer Kirche fest verbunden sind. Da bin ich zu Hause, das ist meine Heimat. Musik Ich finde das gigantisch, ich finde das enorm. Also so einen Blick haben Sie auch nicht jeden Abend. Musik Sie sind Orte des Glaubens und Treffpunkt für soziales Miteinander. Lebensmittelpunkt für viele Menschen. Musik 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 Musik